Was gegen Weiß kann ich kaum auseinanderhalten mit meiner Rechts-Links-Schwäche. Und mit dieser Erkenntnis heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe der Matchweek-Highlights des AS-Ozial. Diese Woche gab es unter anderem einen Innenverteidiger im Sturm, die Paula heißet neustem Heinz. Wo hast du hin, Heinz? Und der Günni hat mal wieder B gedrückt. Nö, weg! Ja! Es gab auch ein paar super Rätungsdaten vom Günni und ein paar Tore sind natürlich auch gefallen. Die gucken wir uns jetzt mal an. Da! Haha! Der Pucki erzählt uns immer, nicht dribbeln, nicht drehen, den Ball schnell weiterspielen. Und jetzt guck mal, was der da macht. Hier kommt! Nö, weg! Ja! Wenn du sollst B drücken! Hab ich doch! Da hat's der Ali beim Feiern wohl ein bisschen übertrieben, ne? Nein, wo soll ich denn hin, Heinz? Nein! Wo soll ich denn hin, Heinz? Aber der kommt ja mit los? Aber der kommt ja mit los nicht mehr, oder? Ja, ne, irgendwie nicht. Wenn dann später vielleicht, ich war auch schon gekommen, ne? Ja! Ich bin ja nicht sicher auf alle den Witz verschandelt. Mhm, mhm. Haha! Ich würde sagen, der hätte ja eine Steuerung pro. So. Jetzt die Möglichkeit! Ja, durch die Beine! Ja, durch die Beine! Jawohl! Hingespielt! Ich bin was ihr selbst freut! Schön, das ist doch scheißegal! Das erste Tor! Na, Anja hat die Augen zugemacht und hat dann einfach weggebrückt! So spiel ich immer Mario! Hahaha! Der Kreislauf hier, du! Kreisliga? Ja, das... Du sollst doch bloß die Beine landen! Hahaha! Boah! Boah! Hahaha! Jawohl! Der erste Assist genießt! Mit dem Kopf! Hahaha! Komm jetzt noch! Was war denn das? Hahaha! Hahaha! Ja, aber so drei oder vier Fans haben aber schon geingelt. Hahaha! Hahaha!